So ihr Lieben, wir sind jetzt am Bahnhof in Köln und jetzt gleich geht es ab zum Flughafen nach Frankfurt. Hi, wir sind eingekommen in Frankfurt. Ich bin gecheckt. Ja. So, wir haben jetzt noch 10 Minuten bis zum Check-In. Und ja, die Aufregung ist jetzt verflogen eigentlich. Also bei mir zum Glück müsste es uns. Ja. Ja, heute Morgen war ich ziemlich nervös. Ich war 1000 Mal auf der Wette. Dann ging es aber alles ganz schnell. Rucksack im Park noch schnell ein Foto rüber und auf ging es zum Kölner Hauptbahnhof. Und dann war noch ein Stau, eine kurz vor Köln, wenn Papa schnell reagiert und immer noch schnell. Umweg gefahren, der dann eigentlich eine Abkürzung war es zum Glück. Und dann haben wir es noch genau passend geschafft. Wobei dann hat er auf der IC eine Verspätung. Und dann muss man einen anderen nehmen. Da sind wir ein bisschen später hier angekommen. Aber es hat alles geklappt. Und jetzt war es halt hier privat nach dem Check-In. Wir sitzen jetzt im Flugzeug und 11 Stunden noch, dann sind wir schon in Bangkok. Bis später. So, jetzt noch ein kleiner Tipp für euch. Im Flugzeug gibt es ja oft Entertainment Systeme, wie hier auch. Man kann viele verschiedene Filme gucken. In dem Fall habe ich hier gerade Fast and Furious 7 geguckt. Und dann gibt es immer dazu in den Flugzeugen einmal Kopfhörer. Die sind aber, wie man hier sieht, relativ billig meistens. Haben nicht so einen tollen Klang. Und die haben halt hier so einen Anschluss. So, da bekommt man die normalen Kopfhörer nicht dran. Sieht dann so aus hier. Da passen die dann rein. Einfach so. Und damit man jetzt auch seine normalen Kopfhörer nutzen kann. In dem Fall die hier von mir. Von Panasonic. Da gibt es so kleine Adapter. Die sehen dann so aus. Die steckt ihr einfach nur da rein. Und dann könnt ihr auch eure normalen Kopfhörer nutzen. Und habt dadurch super Klang. Und die Filme und Musik und Co. sind dann auch viel viel besser. Ja, kleiner Tipp von mir. Ich verlinke den Adapter und auch unsere Kopfhörer unten in der Videobeschreibung. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen ja. Und dann kann man die Filme auch besser genießen. Und dann mal perfekt. Ich leise. So, unser Frühstück ist jetzt da. WELCOME TO THAILAND! 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 WELCOME TO THAILAND!